Framing. Was ist Framing? Viele von euch werden diesen Begriff wahrscheinlich schon in der Fotografie gehört haben oder vielleicht in einem anderen Begriff Bildkomposition, also die Zusammensetzung des Bilds. Heißt also, wie muss ein Bild zusammengesetzt sein, um möglichst ästhetisch zu wirken? Und dazu gibt es in der Fotografie einige nicht-obligatorische Regeln, an die man sich halten sollte, halten kann, halten muss, was auch immer, um geschossene Bilder einfach ästhetischer und schöner aussehen zu lassen. Und ich werde euch heute einige dieser Regeln auflisten, um deine Fotografie auf das nächste Level zu bringen. Beginnen wir mit der Drittelregel. Bei der Drittelregel wird das Bild durch zwei vertikale und zwei horizontale Linien in neun gleich große Rechtecke unterteilt. Die Regel besagt nun, wenn man sein Motiv auf einer dieser Linien platziert, beziehungsweise wenn man sein Motiv auf einem dieser Schnittpunkte platziert, dann sieht das Bild besonders ästhetisch aus. Und die Drittelregel, beziehungsweise den englischen Rule of Thirds, kann eigentlich überall gefunden werden, sowohl in der Fotografie als auch in Filmen oder in Interviews. Die Drittelregel wird so gut wie immer angewandt. Eine Sache, die man beachten muss, ist, wenn man Personen fotografiert, beziehungsweise zum Beispiel ein Interview macht und die Drittelregel anwendet. Also wenn man die Person, die man filmt, auf einer der Linien platziert, dann sollte man darauf achten, dass die Person in die größere Fläche des Bildes guckt. Also mehr oder weniger in das Bild hineinguckt. Es sieht so einfach viel natürlich aus. Es würde unnatürlich aussehen, wenn die Person aus dem Bild hinaus guckt, also in die kürzere Seite des Bildes guckt. Es sieht einfach nicht gut aus. Dann kommen wir zu der zweiten Regel, den Leading Lines. Wie der Name schon sagt, Leading Lines, also Leitlinien, sind einfach Linien, die das Auge des Betrachters leiten. Also das Auge des Betrachters wird einfach zum Motiv geleitet. Leading Lines können alles sein. Es können Straßen sein, es können Straßenmarkierungen sein, es können irgendwelche Markierungen oder Linien am Boden sein, es können Wege sein. Es gibt viele natürliche Leading Lines, aber auch künstliche Leading Lines, wie eben gesagt Straßen zum Beispiel. Man muss während seiner Fotosession einfach nur aufmerksam sein und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und so kann man eigentlich theoretisch alles als Leading Lines verwenden. Zum Beispiel auch ein Treppengeländer. Und wie gesagt, sollen Leading Lines oder eben Leitlinien das Auge des Betrachters zum Motiv führen. Dann kommen wir zur dritten Regel, Headroom. Headroom ist, wie der Name schon sagt, der Platz über dem Kopf, also der Kopfplatz. Also wenn ihr zum Beispiel Portraits fotografiert oder Personen filmen, auch zum Beispiel wieder im Interview, dann solltet ihr darauf achten, dass über dem Kopf der Person genug Platz gelassen wird. Heißt also, das Bild sollte nicht direkt über dem Kopf abgeschnitten werden, also direkt am Kopf abgeschnitten werden, sondern es sollte über dem Kopf noch etwas Platz sein, denn so sieht das Bild einfach viel natürlich aus. Es würde einfach unnatürlich und eng aussehen, wenn dem Kopf nicht genug Platz gelassen wird und das Bild einfach hier schon abgeschnitten wird. Also, wenn ihr Personen fotografiert oder filmt, immer daran denken, genug Platz über dem Kopf zu lassen. Dann kommen wir zu Balance. Balance ist so viel wie Ausgebogenheit oder Ausgeglichenheit eines Bilds. Heißt also, wenn ihr ein Bild schießt und auf einer Seite ein Computer stehen habt, ein Bild an der Wand hängen habt und vielleicht noch zwei Personen habt, auf der anderen Seite hingegen nur eine weiße Wand, dann entsteht eine gewisse Unausgewogenheit oder eher besser gesagt Unausgeglichenheit im Bild. Das Bild ist also unbalanced. Und diese Unausgeglichenheit könnt ihr aufheben, indem ihr zum Beispiel einfach ein Bild an die Wand hängt oder einfach Objekte oder halt Gegenstände auf die andere Seite des Bilds stellt. Natürlich sollte der Fokus vom Hauptmotiv nicht abgelenkt werden. Also wenn ihr Gegenstände auf der anderen Seite des Bilds platziert, sollten diese mehr oder weniger nur so Side-Gegenstände sein, also Gegenstände, um einfach die Szene zu füllen. Das Hauptmotiv sollte natürlich das Hauptmotiv bleiben. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Framing innerhalb eines Frames, wenn man das so sagen kann. Also ihr habt einen Bilderrahmen innerhalb eures Bilds. Ich hoffe, das ist verständlich. Also ihr macht ein Bild und in eurem Shot habt ihr einen Rahmen und das kann alles sein, das kann eine Tür sein, das kann ein Fenster sein, es können zwei Bäume sein, die nebeneinander stehen. Also einfach irgendeinen Rahmen, um das Motiv im Bild nochmal einzurahmen. Und dadurch wird wieder ein gewisser Fokus auf das Hauptmotiv gelenkt, indem es einfach im Bild eingerahmt ist. Also um es in einem Satz zu erklären, man framet einfach in seinem Shot Motive, wie zum Beispiel Personen. Dann kommen wir zum nächsten und letzten Punkt, die Tiefenunschärfe. Wie der Name schon sagt, die Unschärfe in der Tiefe des Bilds heißt also die Unschärfe im Hintergrund. Das heißt, der Hintergrund ist einfach unscharf. Und das ist eine super Möglichkeit, um sein Objekt bzw. sein Hauptmotiv komplett vom oder so gut wie vom Hintergrund zu separieren. Und die Tiefenunschärfe erreicht man, wenn man mit einer weit geöffneten Blende, also zum Beispiel 1.4 fotografiert. Dadurch wird der Hintergrund unscharf und das Auge des Betrachters wird natürlich wieder auf das Hauptmotiv gelenkt. Denn es gibt im Hintergrund keine Objekte oder Personen, die eventuell vom Hauptmotiv ablenken könnten. Durch Tiefenunschärfe können also ablenkende Objekte entfernt werden, mehr oder weniger. Also das Fokus, der... Das Fokus wahrscheinlich. Also der Fokus wird auf das Hauptmotiv gelenkt. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkle bringen und euch die Regeln etwas näher bringen. Und ich kann euch nur empfehlen, all diese Regeln in eure Fotografie einzubauen. Wenn ihr auch nur ein paar dieser Regeln verwendet, werden eure Bilder direkt viel ästhetischer. Also so könnt ihr eure Fotografie auf das Next Level bringen. Wobei man sagen muss, das sind eigentlich so diese Basics, die jeder Fotograf verwendet und die man auch eigentlich in fast jedem Shot verwendet. Die dritte Regel zum Beispiel ist, würde ich sagen, die bekannteste Regel und die, die auch am meisten angewandt wird. Jedoch auch andere Regeln, wie zum Beispiel Leading Lines oder das Framing... Oh, mein Snapchat. Das Framing innerhalb eines Frames, also das Motive Framing in einem Shot. All das führt dazu, dass deine Motive einfach viel klarer ersichtlich sind. All diese Regeln sind also eigentlich dazu da, um den Fokus, also das Auge des Betrachters, auf das Hauptmotiv zu lenken. Jeder Shot braucht etwas, auf das ich das Auge des Betrachters konzentrieren kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr eine dieser Regeln verwendet, wenn ja, welche. Und dann würde ich sagen, folgt mir gerne noch auf Twitch, Instagram und Vero. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.